Und stell dir vor, sie verkifften unser Essen und das Wasser nimmer, ha, und Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer, nein, weil das der Grund war für die ganze Skaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt, da ist eine große Community, die singen, hey. Die sozialen Medien dürfen jetzt verwendet werden und so, und alle haben sich recht frei und haben ihre eigenen Seiten hergezeigt und so. Und dann war der Gerhard Holzingen im Fernsehen. Der Gerhard Holzingen, das war der mit den Brühen, mit den weißen Haaren, Krawatten und so. Und der hat ein Buch geschrieben. Und der Gerhard Holzingen ist ein Brieffrein von den Freemans zur Zeit. Das ist nämlich der Chef vom Verfassungsgerichtshof. Der kriegt diese Freemans-Erklärungen zugeschickt. Zur Handen, Dr. Gerhard Holzingen. Da gingen diese Freemans-Erklärungen zur Zeit hin. Und der hat ein Buch geschrieben voriges Jahr, das heißt Verfassung kompakt. Der Präsident vom Verfassungsgerichtshof in Österreich schreibt ein Buch. Und schreibt auf der Seite 24, auf die sich selbst gestellte Frage, was bedeutet Verfassung? Schreibt er die Antwort, die Verfassung ist die rechtliche Grundordnung eines Staates. Sie enthält die Spielregeln, nach denen der Staat funktioniert. Zugleich garantiert sie mit den Grundrechten dem Einzelnen bestimmte Freiräume. Damit Regeln und Freiräume möglichst stabil bleiben, kann die Verfassung nur unter erschwerten Bedingungen verändert werden. Aha. Die nächste Frage, wo kann ich die österreichische Verfassung nachlesen? Der Chef vom Verfassungsgerichtshof, der Präsident, Gerhard Holzinger, antwortet auf die Frage, wo kann ich die Verfassung nachlesen? In seinem eigenen Buch, wie folgt. Eigentlich nur in einem Buch wie diesem. Das ist Eigenwerbung. Das geht nicht. Eigentlich nur in einem Buch wie diesem. Es gibt nämlich kein offizielles Verfassungsdokument, das alle Bestandteile auch nur der österreichischen Bundesverfassung enthält. Daneben bestehen ja auch noch die Verfassungen der neun Länder. Die Bundesverfassung speist sich aus einer Vielzahl von Rechtsquellen. Es ist schwierig, sie alle zu überblicken. Ich meine, es ist eigentlich ein starkes Stück, oder? Ich meine, ihr seht, ich liest da kein Karl May oder Walt Disney vor. Das ist auch der Grund, warum... Ich meine, irgendwann frage ich euch, ist irgendwer vom Verfassungsschutz da heute? Ja, ich meine, das sind ja nicht meine Bücher, die ich da vorlese. Was ist stärker, EU-Recht oder Verfassungsrecht? Tipps? Ihr seid schon brave EU-Bürger. Das EU-Recht natürlich. Als Mitglied der Europäischen Union ist Österreich verpflichtet, das Unionsrecht zu befolgen. Das geht sogar so weit, dass heimisches Verfassungsrecht durch das Unionsrecht verdrängt werden kann. Ich meine, die spinnen alle komplett. So schaut es aus. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die einfach ganz ernsthaft verhaftet werden. Erwachsene Leute sollten das nicht mit sich machen lassen, was wir da unsere Kinder gönnen. Weil 100 Mal so viel Schulden in 40 Jahren heißt, mindestens 100 Mal so viel Schulden in den nächsten 40 Jahren. Aber das ist leider eine logarithmische Kurve, das heißt, das stimmt nicht. Das sind höchstens mehr. Genau. Und wenn es jetzt eng geworden ist, ich bin jetzt eine 70er-Generation, ja. Da sind ein paar ältere Leute da, ein paar jüngere Leute. Hallo? Ich meine, was muss passieren, dass das aufhört? Außer, dass so verrückte Leute wie ich irgendwann anfangen, das sagen, aus, stopp, basta. Und am liebsten weiß man, wenn morgen 8 Millionen Brief an den Bundeskanzler gegangen hätten. Aber wir taten genauso weiter wie bisher. Es wird ja nichts anderes. Ich habe immer nur mein Ding, mein Auto und ich fahre spazieren und ich will ja auch nicht. Wir können das sofort ändern. Die Frage ist nur, wann sind wir genug, die sich wirklich trauen? Wir wissen dann sehr schön. Ja. Hey, hey, welcome to freedom Hey, hey, welcome to freedom